Hallo liebe Kinder, heute geht es mit unserem Einkaufszettel weiter und dazu gibt es etwas Meerschweinchenkunde. Ihr wisst ja, dass Meerschweinchen auch zu meinen Lieblingstieren gehören. Also, die verschiedenen Gemüsesorten sind an der Reihe. Zum Glück gibt es hier viele Hörwörter. Wir fangen direkt an, damit das Wochenende kommen kann. Die Überschrift für heute lautet Gemüse. Ein Hörwort. Das sind drei Silben mit den Königen E, Ü, E. Los geht es mit dem Bohnen. Hörst du das lange O? Bohnen. Weil es so lang klingt, schreiben wir ein H hinter das O. Es sind zwei Silben, Könige O und E. Bohnen sind allerdings nicht gut für Meerschweinchen. Sie würden niemals Bohnen auf ihren Einkaufszettel schreiben. Tomate. Wieder ein Hörwort. Drei Silben, die Könige heißen. O, A, E. Wenn Meerschweinchen Tomaten fressen, haben sie hinterher oft rote Schnauzen. Tomaten sollten aber nicht so oft auf dem Speiseplan stehen, weil Meerschweinchen sie nicht ganz so gut vertragen. Dafür kommen unsere Meerschweinchen jetzt ins Schwärmen. Die Gurke ist dran. Und wir schwärmen mit, denn wir können das Wort so schreiben, wie wir es hören. Gurke. Zwei Silben, Könige, U und E. Ein längeres Merkwort ist das Radieschen. Ja, du siehst richtig. Es sieht aus wie ein Sch. Doch wenn wir die Silben hören, heißt es Radieschen. Achtet beim Schreiben auch auf das lange I. Schreibt IE. Also, drei Silben. Die Könige lauten A, IE und E. Denn Meerschweinchen ist das auch alles zu kompliziert. Sie lieben es am meisten grün und fressen eh nur die Blätter der Radieschen. Jetzt wird's kurz und einfach. Lauch. Ein Hörwort, eine Silbe, Königspaar A. Davon bekommen Meerschweinchen allerdings Bauchschmerzen und sollten es nicht fressen. Jetzt kommt eine Verwandte des Lauchs. Die Zwiebel. Weil das I lang gesprochen wird, schreibt man sie mit IE. Ansonsten schreiben wir den Namen, wie man ihn hört. Zwiebel. Zwei Silben, Könige, IE und E. Zwiebeln stehen wie Lauch nicht auf Meerschweinchens Speiseplan. Jetzt habe ich noch ein Merkwort für euch. Beim Pilz könnte man meinen, ein Tötz zu hören. Pilz. Doch man schreibt Pilz und Pilze nur mit Z. Das müssen wir uns merken. Pilze, zwei Silben, Könige I und E. Weder Champignons noch andere Pilze sollten Meerschweinchen fressen. Das nächste Gemüse mögen sie auch nicht. Es ist zu scharf. Aber wir haben in unserem Stall ein Meerschweinchen mit roten Augen, das genau diesen Namen trägt. Und dazu ist es noch ein Merkwort. Chili. Obwohl man am Anfang ein Sch hört, schreibt man nur ein Ch. Ihr ahnt es. Die Chili kommt aus einem anderen Teil der Erde und hat von dort ihren Namen bekommen. Sie stammt nämlich aus Südamerika und wurde von den Spaniern zu uns gebracht. Wir müssen uns merken, dass man Chili mit Ch am Anfang und in der Mitte mit zweimal HL schreibt. Chili. Zwei Silben, zweimal König I. Kohlrabi. Ein Hörwort, bei dem man bedenken muss, dass das O langgesprochen wird. Kohlrabi. Also schreiben wir zur Verlängerung ein H hinter das O. Wir haben aber nicht nur das O als König, sondern auch noch A und I. Drei Könige also. Drei Silben. Auch hier sind für die Meris die Blätter interessant und nicht die Kohlrabi selbst. K-Rot-T. Hier hört man wiederum ein kurzes O. Das kürzt man, indem man das T zweimal hinter dem O schreibt. K-Rot-T. Beim Silbensprechen hört man es auch. Es sind also drei Silben mit den Königen A-O-E. Die Karotte wird von Meerschweinchen gern im Ganzen verputzt. Besonders das Grün ist auch sehr beliebt. K-A-T-O-F-F-E-L. Hier muss man gut hinhören, dann klappt es mit dem Schreiben. Hinter dem A hat sich ein R versteckt, das man gern überhört. K-A-T-O-F-F-E-L. Und wir haben ein kurzes O. Also das F hinter dem O zweimal schreiben. K-A-T-O-F-F-E-L. Drei Silben, drei Könige. A-O-E. Kartoffeln können für Meerschweinchen gefährlich sein, deswegen bekommen sie auch bei uns die Schalen nicht. Im Herbst ist wieder Kürbiszeit. Im dritten Schuljahr werden wir öfters mal im Schulgarten arbeiten und wer weiß, im Herbst können wir vielleicht auch Kürbisse ernten. Darauf freue ich mich schon. Den Meris ist es egal, sie mögen Kürbisse nicht so gern. Den Kürbis schreibt man, wie man ihn hört. Kür-bis. Hört ihr das R hinter dem Ü? Zwei Silben, Könige, Ü und I. Die nächste Gemüsesorte lässt Meerschweinchenherzen aber wieder höher schlagen. Salat. Der wird heiß geliebt. Und einfach zu schreiben ist er auch. Wieder ein Hörwort. Sa-laat. Zwei Silben, beide Male, König A. Zuletzt steht auf dem Speiseplan Mais. Den lieben Meerschweinchen auch. Auch ohne Popcornautomaten. Für euch heißt es Achtung, Mais ist ein Merkwort. Man schreibt es nämlich mit AI. Ein sehr, sehr seltenes Königspaar. So, ich hoffe ihr habt schon den ersten Einkaufstitel geschrieben, wünsche euch viel Freude beim Malen und Basteln und ein schönes Wochenende.